Ich heisse Graziella Küttl, ich bin Betriebsökonomin, ich wohne in Zug und ich werde für drei Jahre mit Gomundo, mit meinem Mann und meinen drei Töchtern auf Sambia gehen, in die Hauptstadt Lusaka. Ich werde dort für eine soziale Zirkusschule arbeiten, die sich für benachteiligte Jugendlichen einsetzt und werde sie unterstützen in der Organisationsentwicklung und der Finanzen. Lukas und ich haben uns für das Projekt entschieden, uns mit Gomundo auf Sambia zu gehen, weil wir unsere langjährige berufliche Erfahrung sinnvoll einsetzen wollen und mit unseren Kindern eine komplett andere Kultur eintauchen. Wir freuen uns in Sambia auf einen gegenseitigen Austausch und auf das gegenseitige Lernen. Bis zum nächsten Mal.